Hi, ja Guido, das Plattenkiste hier. Ich bin heute in Berlin und wir sind hier auf ganz vielen Flohmärkten. Wir haben schon zwei geile Scheiben gekauft, auch relativ brutal, die zeige ich dir so. Und hier ist ja Plattenwelt, das muss ich ja ganz gut sagen. So sieht es also wirklich, hier gibt es nur Singles und gute LPs. Also hier gibt es 30 Stände von dieser Art und ich weiß gar nicht, wie damit klarkommen soll. Ich merke mich nochmal wieder und schauen wir mal weiter nach. Also geht das Ganze weiter hier. Also ich kann nicht wundern, dass ich mich nicht melde oder so. Ich muss erst mal wirklich ein bisschen Platten berufen, weil das ist echt interessant hier. Ich muss ehrlich sagen, es ist ja schlimm, ich alles ein bisschen hier ist ja echt too much an Schreiben. Also geht es erstmal mit. Okay. Bis zum nächsten Mal.